So, hier auf dieser lettischen Seite lraksti.lv finden sich wunderschöne lettische Muster. Das sind auch wieder Grundprinzipien von Antrieben. Das sind natürlich wunderschöne Handarbeiten hier, mit den Perlen, ganz toll. Muss man einfach mal zeigen. Diese Muster haben sich natürlich über Generationen hinweg erhalten und haben die Generationen wunderschön. Guckt euch das an, was ein Antrieb das ist. Wenn da jetzt noch Licht im Spiel ist, zusammen mit einem Kristall. Ihr wisst ja, Laser funktionieren mit Kristallen. Es sind einfach wunderschöne Muster da zu finden. So, und wenn man dann jetzt guckt beim Herrn Wedding, der hat jetzt heute ein Video-Otala hochgeladen. Da möchte ich jetzt nur kurz darauf hinweisen. Ja, Wunder über Wunder. Da haben wir dann die Runen, die dann in solchen Handarbeiten auch festgehalten sind. Ja, haben wir dann als Antrieb. Hier oben sind sie auch nochmal in Pause drin. Also in einer Pausten-Ansicht. Nehmen wir mal jetzt zum Beispiel speziell das. Anders darum zusammensetzt, ne? Das sind ja diese zwei Dinger. Seht ihr das? Ja. Dann haben wir einen Antrieb. Ja. 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 Ja, ja. Ha, 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 ha.